Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Eine Sanitdrohne. Schauen wir mal hier vorbei. Schauen wir doch mal rein. Aber, ja, Geld haben sie scheinbar. Aber wahrscheinlich hat das jeder, der hier wohnt. So nicht mal klauen hier. Nett dann. Ein bisschen Geld hier rumliegen lassen. Marilin, ist das du? Mars, wir haben sicher nicht erwartet, dass du so gesehen hast. Und ich habe nicht erwartet, dass du dein Vertrag des Vertrages verabschiedst. Aber wir sind alle vollen Überraschungen heute, nicht wahr? Speaking of Überraschungen, du solltest du mit meinem neuen Freund treffen. Wir sind um die Systeme herum, um alle Probleme zu machen. Schickes Zuhause. Ich werde vermutlich ein paar Sachen mitnehmen. Hmm. Diebstahl, Vandalismus, Obszönitäten, sucht's euch aus, wir haben es mindestens alles zweimal gemacht. Marilyn, das ist wirklich nicht der beste Zeit. Vielleicht sollst du gehen. Moment mal, die Böden sind nicht nur hübsch, sie sind aus hochwertigem Marmor. Wir dachten, dass du tot bist. Ich bin nicht tot, ich wollte einfach nie wieder mit dir sprechen. Ich bin Angst, dass die Distinktion auf uns verloren hat, Lieber. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass ihr euch beide gleich für etwas entschuldigen werdet? Wahrscheinlich habt ihr die Lebensversicherung eingelöst. Wir haben nur getan, was irgendwelche Grief-Parents in unserer Position machen würden. Du? Wir collected on your life insurance policy. Und die Payouts haben sich ziemlich... ...substantial. Du, was? Well, jetzt bin ich hier, ich glaube, du musst du zurückstellen, dass ich sehr viel alive und kicken bin. Es ist nicht so einfach. Für eine Sache müssen wir auf so viele ... Necessities rechnen müssen. Die Nachwärter würden sicher sein, wie es ist. Warum hast du das gemacht? Wir mussten uns erklären, dass du deine Erkrankung irgendwie. Wir konnten nicht sehr gut sagen, dass du ... ... dass du ein ... ... Mistkrieg geworden bist, können wir? Ich möchte euch informieren, dass er jetzt eine professionelle Abtrünnige ist. Someone could hear you. We concocted a story about Celeste Jolly Curl, designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death, when you tripped and broke your neck. It was quite the story. People were talking about it for weeks. Das ist eine wirklich witzige Geschichte. Hey, you're supposed to be on my side. Couldn't you have at least made up a better story? Something with pirates or raptadons? And what are you gonna do now, that we're here? Yes, about that. We were just about to ask you to, uh, leave. Quietly, if you don't mind. I'm afraid it would cause quite a stir, if the neighbors saw you two stomping about. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ellie, aber ich bin bereit, eine Szene zu machen. Let's just get out of here, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Okay. Das war unerwartet. Das ist jetzt stehlen auf einmal. Ja, sonst ist, glaube ich, hier auch nicht allzu viel, oder? Tatsächlich nur dieser eine Raum, wo wir rein können. Let's talk outside. Hm, dachte ich mir. Puh, das ist ja schon heftig. Ja, sie hat nicht so aufgebracht sein sollen. Ja, sie hat nicht so aufgebracht sein sollen. Wir sitzen da, um zu sehen, einen ihrer vapid Aether-Wave-Dramas, und dann wir gehen. Mutter würde sie ihren Mock-Apple-Cider und das Glas würde sie über ihre überpriced Marble schattern. Vater würde seine Gläser ausbrechen und blinken, offen-mouthed. Und dann? Wie wäre es mit Zeit, es euch heimzuzahlen? Und da sind jede Menge Zinsen dazugekommen. Ja, ich werde das einen Tag benutzen. Jetzt, zurück zu meiner Geschichte. Vater würde seine Hände auf, weil das wäre wie ich, um zurück und zu machen, eine große Szene. Dann, Mutter würde das so, Sie haben uns Angst vorzettet. Sie haben uns Angst vorzettet. Sie würden sie schäuern, und sie würden sie mit der Füße in der Mitte, stifeln, eine Sob. Hey, halt die Ohren steif. Du bist besser als das hier. Ich wollte einfach nicht aus dem Haus ausgetauscht werden, wo ich in der Schule war und so war. Es ist schrecklich, du weißt. Und ich habe eine Reputation, um zu behalten. Vertrau mir, das war das Beste. Ich würde gerne wissen, wie du beschreibst, dass du Knochen gekappt. Diese Geschichte spiegelt ein Bild von ihnen wieder und nicht von dir. Aber ich möchte jetzt über mich sprechen. Du musst dich mit Leuten umgeben, die wirklich nur dein Bestes im Sinn haben. Sprich weiter. Okay, wie stellen wir das an? Gut, ich muss dir noch ein paar Fragen stellen. Hm, nö. Nichts Neues. Okay. Allerdings haben wir noch ein Level Up. Hm, was machen wir denn noch Schönes? Ich glaube, Dialog wäre aber auch langsam mal ein bisschen praktischer. So, ein bisschen mehr Überzeugen. Was hatte ich denn sonst noch? Bringen wir das auch mal noch auf 50. Das Minus. So, und ihr beiden dürft jetzt auch wieder. Sehr gut. Ich gehe direkt wieder auf. Standhaft. Ja, nehmen wir das vielleicht erst mal mit. Du kriegst ein bisschen mehr Punkte. Also längere Zeit. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, ich gehe jetzt mal. A lot of people out here ain't that nice. Okay. Ach, waren das nicht die, wo wir dieses Vorsprechen haben? Da können wir dann auch mal noch hin. Ihr Armen. Gut, dann schauen wir mal nach, ob wir das hinkriegen. Öffnen wir doch einfach mal ein Konto. Der einzige Brief in diesem Postfach ist dann das Außenbüro der Greater Halcyon Insurance Group in Fallbrook auf dem Planeten Monarch adressiert. Ich glaube, wir gehen nach Fallbrook. Okay. Kreuzzug im Weltraum. Per Kreuzzug durch die Galaxis. So, dann, ähm... Genau, mit den Outfits, da müssen wir halt mal noch gucken. Schauen wir uns mal das Vorsprechen an. Mal schauen, wie das läuft. Hm. So, ja, genau. So, ja, genau. Ich denke, wir können beide sagen, dass Maverick Johnston der höchste Direktor ist. Dann war ich da ja tatsächlich richtig mit meiner Annahme. Genauso wie mit der Lebensversicherung heute. Die Folge der richtigen Annahmen. 3. 3. 3. Für alle Auditionen. Please use the elevator on the left. Mhm. Hier gibt's noch ein bisschen was an Schnoppis. Hm. Halt leichte Rüstung. Hm. Ja, ich glaube, das hauen wir mal raus. Hm. Hm. Das kann eigentlich auch weg. Intelligenz. Ne, das behalte ich mal noch. Ja, ich weiß, Rüstungswert ist eigentlich okay. Da brauchen wir jetzt nicht noch ein bisschen mehr. Ja. Jo. Besser. Schrott haben wir gar keinen mehr da. Ja. Ja, dann hier beiden. Mal gucken, wie das mit dem Vorsprechen läuft. Hm. 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 Alles klar. Okay, damit kann ich arbeiten. Ich wusste, dass du es bekommst. Jetzt geh in da, find deinen Mark und zeig uns, was du hast. Hm. Notiz von Maverick. Das nennst du Kisten? Wir brauchen mindestens doppelt so viele. Und schmutziger müssen sie sein. So schmutzig, wie es nur geht. Das hier soll ein authentisches Weltraum-Abenteuer werden. Und echte Weltraum-Abenteuer enthalten Kisten. Wenn ich einen Drehort beim nächsten Mal sehe, stehen da gefälligst jede Menge Kisten. Oder du bist verdammt nochmal gefeuert. Ah ja. Tja. Ich glaube, dann schauen wir uns das mal an. Tja. 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 Ich habe hier nicht auf das. Tja. 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 Ich bin ein Hammersmith-Limited Edition-Grenade-Launcher. Ich habe jetzt seit fünf Jahren gewartet, und am Ende ist mein Tag für Vengeance gekommen. Ich bringe mal Wortlosen-Sound zum Ausdruck. Ja, selbst du bist diese Zeit nicht powerlos, Stihl. Ich habe dieses ganze Port mit Sub-Micro-Energons-Transistor. Once we're away, I'll activate the Gamma-Particulate-Field and the Quantoponics-Chain-Reaction will turn this whole place into vaporized Plasma. Plasma's already a vapor-like kind of thing. You can't re-vaporize it. Can you? Quiet! You're supposed to be an Extra. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment waivers, because this is the end for you. Endlich. You're not even taking this seriously. I refuse to work like this. I've done Aetherwave-Spots for Wentworth, I'll have you know. To the break room, everyone. I need my Moab-Fizzy-Tea. Cut, cut! Ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen. Let's take five. Whatever he offers, ask for me. Meine Kameraeinheit. There's my Star. Walk and talk with me. Hey, listen. I appreciate what you tried there. We've got to review your footage before we make a final decision, though. Du klingst ja nicht so beeindruckt. Look, sometimes you just got to wait for your break, you know? Here, take this for making the trip down here. Don't call us. We'll call you. Mhm. Okay, damit hätten wir auch mal eine Runde vorgesprochen. 600 Geld. Auch okay. Aber ja. War ja zu erwarten, dass das nicht so wirklich ankommt. Und die Frage ist, wofür führt das jetzt hin? Einfach wieder raus, wie es scheint. Mhm. Okay. Hatte ich doch schon den Verkaufsautomaten hier. Hm, was haben wir denn jetzt noch? Wir müssen halt nochmal posieren, aber ich glaube, ich habe halt von den Klamotten nichts da. Ich glaube, irgendjemand sollte mir hier noch erledigen, oder? Ja. Ich glaube, es ist nicht so, dass wir noch ein paar Dinge in common haben. Das ist nicht eine andere Sache über Wrenches und Wrenches, ist es? Weil du ein Surgeon und ich ein Mechaniker. Wir beide fixieren, healen sie ab. Ich liebe es zu dir, aber bevor ich zu Groundbreaker habe, habe ich mehr Nose als Bones. So schnell kann es gehen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier drin erwartet. Da haben wir so ein bisschen Ähnlichkeit mit Dr. Chakras aus, ähm, As-Effekt. Mit Chakras war es. Wahrscheinlich. Das Klopapier ist wahrscheinlich golden. Da ist versiegelt. Ah ja, wahrscheinlich können wir es da hinten jetzt öffnen. Mit dem Terminal. Oder eine Runde Fernsehen gucken. Das kann ja auch sein. Äh, Protokolle. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass ein nicht autorisierter Nutzer sich die Dateien in meinem Cascadia Terminal angesehen hat. Vielleicht denkt ein Plünderer mit zwei funktionierenden Hirnzellen. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, wer auch immer es ist, versteht, dass die auf Monarch und HFS, ähm, 1084 abbrachten Opfer einem höheren Zweck dienen. Eines Tages, wenn wir alle eine neue Bewusstseinsebene erreicht haben, möge die Menschheit mir meine Sünden vergeben. Meine schlimmsten Vermutungen wurden bestätigt. HFS 1084 wurde geplündert. Wer weiß, was aus den Suspensionstanks geworden ist. Aus meinem Traum. Wie immer sind meine Ansprechpartner im Vorstand keine Hilfe. Wenn ich Ergebnisse abliefere, die sich replizieren, verpacken und an die allgemeine Bevölkerung verteilen können, wünschen sie sich von Leuten wie mir nur Schweigen und Gehorsam. Die Umstände im Primär- und Sekundärlabor konnte man nicht gerade als optimal beschreiben. Durch die politische Instabilität wurde mir Kaskade unter den Füßen weggezogen. Eine Kombination aus Hüttenkoller und Paranoia zog HFS 1084 ins Verderben. Vielleicht stellt mein Zuhause im unerschütterlichen Byzantium den Rückzugsort dar, den ich brauche. Auch wenn ich es vermisse, an der Seite meiner Kollegen zu arbeiten, weiß ich, dass ich jene, deren gesellschaftlich so genoss, kaum verdient hatte. Jene, die ich verloren habe. Ich werde die Arbeiten in Abgeschiedenheit einsam fortsetzen. Vielleicht sollte es auch so sein. Seit unsere Spezies sich ihrer selbstbewusst wurde, drückten wir alle Welten, mit denen wir in Kontakt kamen, unsere Überlegenheit auf. Der Kolonialismus funktionierte. Eine Zeit lang. Unser älterster Trick funktionierte in Hals ja nicht mehr. Nun sind wir es, die sich einer Kraft beugen müssen, die größer sind als wir selbst. Wir sind es, die sich anpassen müssen. Update, weil macht mich zu grüblerisch. Vielleicht sollte ich mit dem Wodkern entgegenwirken. Ja. Dann machen wir mal das Labor auf. Dann bin ich tatsächlich mal gespannt, was uns da erwartet. Was für Experimente. Andere Kuriositäten. Andere Kuriositäten. Ich stelle hier die Fragen. Du bist in meinem Haus und ich bin nicht rum. Start zu sprechen. Ich bin hergekommen, um deine außerirdischen Verschwörungen aufzudecken. Meine was, Conspiracy? Lass uns darüber sprechen. Bitte. Ich denke, es ist eine wichtige Verständnis. Ich schwöre. Ich schwöre. Schöre. Ich bin hier. Ich bin hier. All ich mache, ist zu halten Halcyon. Ich bin hier. Was machst du, Doctor? Das Information ist außergewöhnlich. Du kannst mir in Ihren Reporten. Es handelt. Ich arbeite um eine neue Weise, um die Kolonien zu vermitteln. Die Wälder, die wir aus der Erde transplantiert haben, geben uns nicht die Nutriente, die wir brauchen. Unsere Kolonisten vielleicht noch nicht realisieren, aber sie sterben. Moment, du willst mir erzählen, dass es hierbei nur um Gemüse ging? Unsere Produkte könnte uns durch den Tag bringen, aber wir werden als Spezies gewährleistet werden. Und kranker. Ist das warum jeder in Edgewater war so sick? Nicht eine Plage, aber... Vegetables? Die Lack von Usable Nutrients ist kompromisierend unsere Immunsysteme. Unter diesen Regeln, sogar der Common Cold könnte sein wie eine Plage. Die Food, die wir hier produzieren, hier verhältst du Menschen. Die Kolonien wird nicht unter diesen Regeln. So, die Board hat mich herausgefunden, von einem anderen Angeln. Ich glaube, dass ich die Menschen, auf den Halcyon-Termen leben könnte. Dass ich uns verändern könnte. Gib uns die Möglichkeit, die Sustenung von den Nutrienten, die die Food hat. War denn was mit den Außerirdischen? Schau mal. Wir sind die einzige intelligenten Aliens in Halcyon. Alles, was du vorzuweisen hast, ist ein Labor voller konservierter Kollegen. Ich weiß. Ich war da. Thomas war der erste, das Gas zu nehmen. Ein einfacher Test, sagte er. Ich habe ihn nicht gesagt, aber er hat gezwungen. Wir haben viel von seiner Autopsie gelernt. genug, dass wir es auf den anderen versuchen könnten und niemanden zu stoppen. Niemand mehr hat sterben. Ich muss eine Kür finden, damit sein Verlust nicht in wein. Ich bin überrascht, dass du nicht mehr Unterstützung vom Vorstand bekommst. Es gibt andere Teams. Wir wollten nicht experimentieren auf Menschen-Test-Systeme, also wir haben die einzige Ressourcen, die wir hatten. Einer anderen. Ich bin zufrieden. Ich habe bereits gefragt, all die besten Instituten auf der Erde für Hilfe. Jahre vorhin haben wir ein Messag auf Cornelius-Vanderbilt aber nichts gehört. Ist die Cornelius-Vanderbilt nicht einer der Kampfkreuze, die ein Heldchen auf Patrouille sind? Es hat jetzt über zwei Jahre gebraucht. Sie haben keine Kontaktkontakt nach dem Schiff auf die Erde. Natürlich, das Bord bleibt das unter Wrappern. Schau dir, etwas zu verlieren, mit so vielen Schäden zu verlieren. Wie verletzt du die Hälfte, als ob es ein Sock wäre? Das Bord ist nicht einfach, die Kolonie zu wissen. Sie sehen, als ob die Hälfte ihrer Militärkraft ohne eine Schliche verliebt. Hm. Lila hat mich einer Verschwörung auf die Spur geschickt, aber anscheinend bin ich stattdessen einer Vertuschung auf die Schliche gekommen. Ich würde lieber, wenn du meinen Namen nicht benutzt, wenn du darüber gesprochen hast. Mein Kontrakt hat eine Liste von sehr schrecklichen Konsequenzen für die Schließung. Der Forscher will also die gesamte Bevölkerung von Halcyon anpassen. Also, wenn wir das Bord verliebt haben, die Bord wird um die Nuclein zurückzuziehen. Mit dem Glück, unsere nächste Generation wird zu essen und auf die Halcyon von Halcyon. Wissen, was die Bord verliebt ist, das macht mir viel Hoffnung. Genug geredet, was machen wir jetzt? Genug geredet, was machen wir jetzt? Nichts. Und wir werden nicht näher zu einer Lösung, die die Konsequenzen verliebt. Kennst du Phineas Welles? Wenn du mit ihm zusammenarbeitest, verschone ich dich. Achso, was sagt ihr denn eigentlich? Was denkst du, Ailey? Ich versuche nicht zu, wenn es zu den moralischen Dilemmen geht. Lilia Hagen ist ein sinnvoller Alli, aber ich werde dich auch entgegen. Ich hoffe, du wirst wissen, was du machst, Captain. Ich lasse es in deinen Händen. Es scheint, sie versucht, zu helfen, Captain. Echt zu helfen. Es gibt nicht viele in der Köln, die das tun. Wir sollten sie versuchen. Alles, was ich getan habe, war für das Gute der Köln. Erinnern. Kennst du Phineas Welles? Wenn du mit ihm zusammenarbeitest, verschone ich dich. Es gibt jetzt wirklich keine außerirdischen Verschwörungen. Für das letzte Mal... Nein. Ich muss hier rauskommen. Phineas kann mich kontaktieren, wenn er bereit ist, zusammenarbeiten. Für jetzt hätte ich besser das Labo abbekommen und gehe irgendwo diskret. Nicht so schnell. Captain, was du gerade gelernt hast, ist außerhalb deiner Erinnerung. Hell, es ist außerhalb meiner. Gib mir einen Grund, warum ich dich aus hier leben lassen würde. Ich muss dringend mal überzeugen weiter. Ähm... 3000... Ich glaube, ich erledige dich dann lieber. Weil es weniger Arbeit macht, aus meiner Leiche rausschleppen zu müssen. Weitere Antwort. Hier kommen sie! Okay, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!